Dann ist's Tuttle, dann lass mich hier töten, okay? Die müssen's alle drei sein, weil ich der letzte Inno bin. Er ist gestoppen, er ist gestoppen, er ist verbrannt, er ist verbrannt. Untersuch'n. Tuttle ist ja nötig. Nein, das ist doch jemand hinter mir. Space... Hä, nein, ich weiß es nicht. Warte doch. Er war eben los. Aua. Eui, 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 eui. Ich glaub's dir irgendwas. Sehr viel zu schön. Das ist der Alex jetzt zurückgepackt. Komm, das Altenfeld abholen. Hallo. Hallo. Au. David, hast du ein Altenschwert. Oh mein Gott, ich hab den fullt. Dann gib mir das dran. Okay. Dankeschön, dann kriegst du dafür ein Pfeil. Ab hier, näher dann. Tschüss. Das ist ne Leiche, das ist ne Leiche, das ist ne Leiche. Wo? Oh, dahinter. Hier, hier, hier. Hier ist ne Leiche, ich glaub Nick war, weil er war da oben mit Elm. Alex! Nein, von oben, von oben! Ja, Nick ist Nick. Nick ist Nick. Von oben. Ich, 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 bis heute geht das Creeper. Jesse geht hoch. Ja. Ja, weil Nick ist. Ja, wo ist Nick? Wo ist denn? Ist er oben? Ja, ist er. Sneaker? Sneaker ist da oben. Ach so, Prime. Nick ist das gar nicht, Leute! Das ist ein lecker Snick. Snickers, Snickers! Snickers! What the fuck? Was hat die für ein Aim? Ich hab's! Alter! What the fuck? Hab ich für die Creeper verlesen? Wer hat Nick getötet jetzt? Tödel? Jesse, oder? Wer war oben? Ich, ich hab ihn getötet. Aber er war Traitor. Jesse? Lebst du noch? Nick war Traitor. Jesse ist auch tot. Oh, okay. Geht hoch, geht hoch! Warte, stopp. Warte, stopp. Hallo, 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 hallo. Jesse ist so cool. Jesse hat von Chris getötet und davor, hä? Ich denke, dass er jetzt Jesse getötet hat, ja. Denke ich auch. Ja, hier sind auch Creeper-Files, Alter. Hey, ich war... Ich war's nicht, Alter, ich... Hört auf zu schlagen, ey! What the fuck? Wir werden's nicht. Ich bin abgebot. Du hast jetzt nicht möglich in die Weite zu sagen. Gleich ist vielleicht zu spät. Ja. Deswegen ist Space, rennst du, gehst du weg? Ich will weg, nein, geh weg! Lass mich! What the fuck? Lass mich! Lass mich! Du eine hast. Chris! Okay, lass den töten. Ha! Easy, hat mich gekillt. Du hast nicht. Okay. Unten sind welche? Kannst du mal kurz bitte... Dankeschön. Ja, dann muss es ja Space sein. Hä? Nein, ich bin's nicht. Wirklich, wirklich, wirklich! Hä? Wie denn? Ich bin so... Guck mal, Tootl, Tootl! Tootl ist es immer eigentlich. Tootl! Ich hab nichts gemacht! Oder Obelix? Obelix, hä? Nein, nein, ich hab doch grad... Okay, sorry. Tootl oder Space! Dann ist Tootl! Dann lass mich hier töten, okay? Lass mich hier töten. Ich hab ein Arsch! Oh, okay? Jetzt muss ich Ausstoß erfahren. Okay, Tootl, Tootl und Obelix, ihr könnt euch geglädchen. Nein, ich! Nicht Obelix! Obelix kann's doch sein! Weil ich's kann! Ich hab nichts gemacht! Ja, Ausschlussverfahren! Ausstoßverfahren! Ausstoßverfahren! Das musste ja einer von euch beiden sein! Das Ding ist Tootl ist immer... Warte, wer war's? Ach, Mann! Ich wünschte, ich hätte die nie geholt! ... UieeeeaaAAAH! Düdüdüdüu... Düdüdüdüdü.. Lalalaa! Warte, ich Dir allels. Ganz genau das was neu wird! Llllllllllllllllch Hat er mich eigentlich glaubst du chronisch mit? Hat er mich eigentlich da gelöscht? Falsche Reise! Falsche Reise! Nein! Nein! Werde, weg! Ja wir waren das so mal! Falscht! Ich hab mich ehrlich gesagt, das ist gar nicht die Augen, nein. Warum schlagt der einfach ab? Was ist denn hier los? Ich bin gekriegt. Leute, hier ist jemand gestorben. Wer hat ihn getötet? Hier ist jemand gestorben. Ich sag Jessie. Ich weiß auch nicht. Ich würd sagen, er hat sich was gesagt. Ich sag Jessie. Ja, der töte mich. Okay, lass sie töten. Okay, soll ich nicht töten? Ja, lass Jessie töten. Könnt ihr mal bitte erstmal die Leiche hier anschauen? Die Leiche haben... Ich werde gleich wieder getötet. Was ist das für eine Träte? Ich wär voll unversteckt, ey. Ich war echt nicht. Ich bin ich. Ich schwöre. Wer hat Chris geschrien? Das hat niemand Chris geschrien. Ist Alex tot? Ja. Ich war nicht mal... Ich führe, ich führe, ich war es nicht. Er ist innocent gewesen, ihr könnt mich tolsen. Ich bin aber auch innocent. Aber dann... Dann muss es wieder Toodles sein. Nein. Hier, Alex ist tot. Nicht dein Pferd. Ja, ist okay, Chess. Warte. Hä, da muss... Die müssen alle drei sein. Weil ich der letzte Inno bin. Hä, natürlich. Weil ich bin der letzte, glaub ich. Oder? Ne, Nickel lebt auch noch. Ne, Nickel lebt auch. Ne, Nickel lebt auch. Warte, Toodle? Toodle ist sowieso. Ey, nicht nicht Nickel. Nickel, Nickel, Nickel. Toodle? Was? Er war Traitor. Er war Traitor. Okay, okay, okay. Da muss es Bayern und Toodles sein. Hier, kannst du... Ich hab nichts gemacht. Hier, bitte sehr. Mach bitte. Untersuch. Untersuch. Sag ich ja. Ich hab ihn gekillt. Toodle, Toodle, Toodle. Hauptsache ich hab die ganze Runde nichts gemacht wieder. Aua, hab ich so schlecht für mich. Oh, nice. Ey, Alter, hat er denn nicht getötet? Ja, was hat da keiner gesehen? Doch, Rieter. Wir haben einfach kitz gespricht. Meine Oma hat sich mal so richtig viel Maggi in die scheiß Suppen geklappt. Voll eklig, ey. Eine Suppe auch nicht. Bis sie nur noch nach Maggi schmecken muss. Ja, so gefühlt. So an einem gekochten Ei oder sowas. Hey, nur noch etwas Suppen zu deiner Maggi. So ein hart gekochtes Ei ist, ist geil. Sorry, das war auch immer für mein Bruder, dass ich irgendwie ein Nutella-Brot geschmiert habe. Ich weiß nicht, ob er noch ein bisschen Brot zu seinem Nutella will. Hier, ich bin die Ticke. Ja, friss. Danke. Lass immer bei mir aus. Du bekommst auch noch einen Holzschritt. Ja, okay, bei mir auch. Ich vertaue dir, Sergen. Was? Ach, Mann. Ich hab dich schon wieder verwechselt. Danke schön. Okay. Okay. Hi. Ich bin Sergen. Hatzel. Seid mal kurz leise, bitte. Seid mal kurz leise. Der liebe Alex wollte gerade über seine Kinder erzählen. Alex erzählt. Ich hab gemobbt. Das war gut zusammengefasst. Hä? Aber das ist immer noch so. Oh mein Gott, Alex. Boah, lass den Fetten mal zum Weinen bringen, ey. Oh mein Gott. Hä? Was ist denn der Fette? Oh mein Gott. Jessi? Ja? Ich glaub Tuttle ist es. Was ist das System? Freude. Wegen dir? Brian nicht pustet. Du sagst die ganze Zeit da drauf. Du setzt dich dann einfach mit deinem Arsch daneben. Ey! Ja wie viel wiegst du, hm? Du wiegst bestimmt mehr als ich. 75, hm? Hm hm. 45, hm hm. Bitte was? Das ist wahrscheinlich zu viel zu viel. Was? Das geht? Ich wiege auch 2 Kilogramm. Ich wiege 56. Was? Ihr Feuerpfeile! Ich bin Feuerpfeile! Ich bin Feuerpfeile! Ich flieg weg bei eurem Windschwesen. Feuerpfeile! Oh scheiße, ich brenne! Hallo? Nick ist tot! Ja, wir haben es geschafft. Weil er böse ist. Weil er auf mich geschossen hat. Wo ist denn Nick? Tot. Ja, aber wo? Hier. Bei mir Leck, ja. Weil der Lava. Ja, ja. Bei mir. Du 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 du. Bei der Lava? Nick, wieso schießt du denn auf mich? Ich bin bei Nick halt die Fresse. Hallo? Hat er noch einen Boden für mich? Er wollte wahrscheinlich Feuerpfeile machen. Deshalb ja. Feuerpfeile! Ich hab Angst für Alex. Äh, warte. Warum? Was? Ich hab Angst für Alex. Geil ist so ein Feuer! Feuerpfeile! Feuerpfeile! Warte wieder einmal. Wie geht das? Ähm, er ist geschoben! Er ist geschoben! Er ist verbrannt! Er ist verbrannt! Untersuchen! Hey! Er ist verbrannt! Ich will die Leiche anzünden. Ich auch, warte Christ. Aber das geht nicht. Es ging früher mal. Wer konnte ihm die Leichen abpacken? Ich glaub irgendwie das Chris ist, weil er mich verfolgt hat. Ich bin's nicht. Ich verbrenne. Ich schwöre. Chris ist einer, dem vertraue ich immer komplett. Aber wenn CTT weiß ich nicht. Ey, es bringt ja nichts, wenn ich mir immer vertraue. Es geht weg und auf zu schießen! Geht das nicht? Ich glaub halt wirklich, dass ich das nicht. Kann man das wegmachen? Kann man das wegmachen oder was? Nee, kann man nicht, aber ich war da drin. Oh! Also irgendwie so. Jaaaa! Oh! Das ist noch mal schwer! Brian! Aha! Bum bum machen! Was? Okay! Also! Ähm! Schüttel! 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 Ich! Brian! Alex! Nein! 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 Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich hab doch gar nichts gemacht! Ah! Brian! Es ist Brian! Kan ich sein! Oblex! Hilf mir doch mal, du Penner! Was? Er ist aus! Nein! Hallo! Hallo! Nein! So schlecht! Alter, das ist ein einziges Kind. Ich hab's geglaubst, danke. Oh Mann. Ich bin Trader. Detektiv. Chris? Brian! Ich bin Detektiv. Oh mein Gott! Ich hab halbes Leben, du. Ich auch. Möcht' ich mal vor ein paar Schwere haben? Ich geh' dich! Hör auf mich zu! Alex! Was ist denn? Mach's jetzt auf! Tudelik! Nein, das ist doch jemand, der mir... Space! Hä, nein, ich weiß nicht! 2x? Ja. Brian ist, Brian ist, Brian ist! Tudelik! Tudelik, Tudelik! Warte mal, ich... Kann mal jemand Bescheid sagen? Tudel, warum haust du mich? Tudel ist Traitor. Warte, ist jetzt... Ja, Tudel war Traitor. Ich werd' Tudel... Obelik, check! Und ich glaub' Alex ist auch, ich bin mir nicht sicher. Warum? Ich hab' Tudel mit angegriffen, du. Du hast ihn einmal gehittet. Alex ist Alex! Brian ist gut! Brian war's, Brian war's. Ich hab' ihn getötet. Ich bin nicht, ich bin nicht. Was? Was? Lügt doch nicht, Alex! Hey! Hilfe! Hilfe! Ich hab' den getötet. Ich hab' Alex gesehen, wie er einen Traitor gibt. Nein, ich bin's nicht! Der Boss träumt, der Hanzo! Wo ist denn der He-Station? Ich hab' ihn, der Hanzo! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Ich hab' zwei Herzen! Ich kann ihn nicht identifizieren. Wie viel kostet ich denn? Mit Versandkosten! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich krieg' sehr viele Herzen! Okay, gut, warte. Ich bin's nicht! Oh, Space ist- Doch, er ist! Ich bin's nicht! Okay, das ist Space. Space kann mal nach hier. Ich will dir nicht weh tun. Geh' weg! Ich hab' keine Pfeile! Was? Du! Wo ist Alex? Aua! Toodle! Hör auf! Toodle steht ohrenlos! Boospammer! Aber danke für die Pfeile, ich hab noch gar keinen Boden! Toodle! Warte weiter! Warte weiter! Warte weiter! Wer war Traitor? Wer war Traitor? Wer war Traitor? Da drin, da drin! Familie, ne Brennpunkt! Es leckt! Oh, Leute! Oh, Leute! Ey, wie langsam er gefallen hat! Warte fack! Warte fack! Warte fack! Warte fack! Wo ist die Leiche? Wo ist der Leiche? Der Leiche! Ich brauche ein... Ey! Ja? Nein, ich bin richtig los! Mann! Okay! Auferlegen! Wieso kann ich keinen Bogen nehmen? Will mir jemand einen Bogen beschenken? Warum heißt die Leiche Tutudel? Weil Tutel tot ist! Bei mir heißt sie Tutudel! Bei mir auch! Bei mir auch, lol! Hä, was? Ich nehm mal Tututel mit! Scream mit Tututel! Toll! Oh! Ich geh mit meinem Tututel! Ja! Brian hat sich geschlagen! Brian schlägt mit dem Schwert! Der Ballerina hat auch kein Tutu! Er hat auch kein Tutu! Er hat Tutu! Wahrscheinlich, wenn ich es noch hart geleckt habe! Ah, schlau! Jesse! Er war Traitor! Er hat mich geschlagen mit dem Traitor! Entschuldige! Alter, Jesse! Du hast schon zwei Traitor gezählt! Was ist los bei dir? Ich bin stolz! Du hast auch Fieber! Ja! Chris ist 100%ig! Ich bin nicht! Ich bin 100%ig! 100%ig! Ich bin 100%ig! 100%ig! Ich schwöre auf alles! Okay! Nein! Du tötest mich! Mann! Bitte nicht! Mann! Hier war eine Leiche! Chris war von dir hin! Ich war mir so sicher! Ich war mir so sicher! Mach doch! Ich bin so sicher! Mach doch! Er war in Deutsch! Krischlampen! Bekämpft euch! Ich dachte, das macht Spaß! Du hast einen tollen Traitor unten hin! Weil Alex mich immer dann tötet! Ah ne! Ich war ja innocent! WTF! Was war das denn? Ich helfe dir! Ich rette dich! Was? Alles klar! GG! So, alle fürs Wort! Dankeschön! Zu-Gabe! 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 Juhu! Leuchte, wollen wir doch die Sponsor und tschüss! Wir haben alle einen an der Klatsche! Haha! hellu! Huge! Huge! Huge!